Ich muss sagen, das Jahr 2022 war das erfolgreichste, aber auch das schwierigste Jahr, weil ich zum ersten Mal mit dem Thema Hate konfrontiert wurde. Kann ich offen und ehrlich darüber reden. Also ich kannte das vorher nicht. 2021 war noch so, du bist der Streamer. Vieles, was du machst, mögen die Leute und ist cool. Und selbst auch bei Elevate und so, das war immer alles so relativ entspannt. Aber so mit Vita-Welt oder dann halt später auch mit dem Fußballverein, wenn wir darüber reden, das war das erste Mal, wo dann Leute, sag ich mal, so gesagt haben, was ist das für ein Punkt, Punkt, Punkt. Also so richtig, auch nicht mal so ein kleiner Fake-Account oder so, sondern wirklich so dann Leute so ein bisschen rumgehettet haben, Willi, Sydney und mich, von wegen, ja, hier, die wollen nur Kohle machen und das und das. Soll ich mal zu diesem Thema was sagen? An alle, natürlich wollen wir ein erfolgreiches Unternehmen machen und natürlich machen wir das auch für Geld. Sollte ich jetzt widersprechen, weil ich sage, ich mache das alles nicht für Geld, weil ich so viel Geld haben will, blablabla, sondern natürlich will ich einen Erfolg, wenn ich was mache, dann will ich damit Geld verdienen, ein erfolgreiches Unternehmen machen und muss hier nicht irgendwie rumposteln mit, oh, ich will das und das. Ich will was machen, damit Leute irgendwie gesünder leben können oder irgendwie ihr Lifestyle ändern und natürlich will ich damit Geld verdienen. Was bist du denn für ein Geschäftsmann, wenn du ein Unternehmen machst und es nicht erfolgreich sein soll? Weißt du, was ich meine? Also natürlich wollen wir damit Geld verdienen. Was ist das für ein Argument? Und das haben dann Leute wirklich sehr doll ausgeschlachtet, haben sich Vita-Welt gekauft und haben dann teilweise so das verschüttet und auf die Flasche gespuckt und so. Also habe ich gar nicht so oft schon drüber geredet, aber das war so zum ersten Mal, als ich es gesehen habe, da fand ich, wow, wir wollen ja eigentlich niemandem was Böses und das kannte ich vorher nicht.